Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar endet heute mit dem Finale zwischen Frankreich und Argentinien. Die Mannschaften spielen im Lusail-Stadion um ihren jeweils dritten WM-Titel. Die argentinischen Fans freuen sich. Ich hätte nie geglaubt, dass wir ins Endspiel kommen. Und jetzt gewinnen wir. Es ist Messis letzte Chance. Wir wollen, dass Messi den Titel gewinnt. Wir fahren mit dem Pokal heim. Frankreich will als erstes Team seit Brasilien 1962 den Titel erfolgreich verteidigen. Sie haben Messi, wir haben Bappé, wir haben Griezmann. Und die spielen unglaublich gut. Wenn wir gut spielen, gut verteidigen, gewinnen wir. Noch unklar war die Personallage bei den Franzosen. Mehrere Schlüsselspieler waren zuletzt angeschlagen. Die